Sie wollten schon immer wissen, wie mobile Apps funktionieren oder was beim Aufruf einer Webseite im Hintergrund alles abläuft? Dann sind Sie bei uns im Lehrgang Software-Java genau richtig. Ziel des Lehrgangs ist es, solide Grundkenntnisse in der Programmiersprache Java zu vermitteln. Da Java eine sehr flexible und weit verbreitete Sprache ist, gibt es da natürlich auch viele Anwendungsbereiche. Das heißt, wir werden im Kurs z.B. den Bereich Web-Entwicklung abdecken mit Java, genauso wie mobile Entwicklung. Das heißt, ein Absolvent dieses Lehrgangs ist dann in der Lage, sich in diese Themen schnell einzuarbeiten bzw. auch in diesem Bereich beruflich Fuß zu fassen. Also ein typischer Lehrveranstaltungstag beginnt damit, dass der Trainer die Ziele für diese Einheit setzt, bekannt gibt und auch einmal vorskizziert. Danach geht es um die Umsetzung, das heißt, der Trainer wird einfach einmal vorführen, wie so ein Lösungsweg aussehen kann und abgerundet wird das Ganze dann, indem die Teilnehmer selber aktiv werden und dieses Programm selber einmal schreiben. Als Voraussetzung dafür sind lediglich routinierte Anwenderkenntnisse mit Ihrem Computer notwendig. Zusätzlich zu den routinierten Anwenderkenntnissen ist es hilfreich, sich schon mal mit logischen Abläufen bzw. mit analytischen Prozessen befasst zu haben, um einfach leichter in diese Materie einzutauchen. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam die ersten Schritte auf Ihrer Reise durch die Programmiersprache Java gemeinsam gehen können und würde mich freuen, Sie demnächst in einem unserer Lehrgänge begrüßen zu dürfen. Anwenderkenntnisse Anwender Anwender